Hallo und willkommen zum Video zur Methode der kleinsten Quadrate lineare Ausgleichsrechnung, also zur Aufgabe 8.3.8 unseres lineare Alba-Buches. Gegeben sind Messwerte bi aus r zu Zeitpunkten ti für i gleich 1 bis m und wir könnten uns jetzt zwei Fragen stellen. Erstens Interpolation, gesucht ist eine Funktion die genau durch die Messwerte geht, zum Beispiel ist das mit Lagrange Interpolation, also mit Polynomen immer möglich. Zu n plus 1 Messpunkten existiert genau ein Polynom vom Grad kleiner gleich n, was genau durch die Punkte ti, bi hindurch geht. Aber oft liefert das gar nicht die Funktion, an der wir wirklich interessiert sind. In meiner Beispielskizze würde es zum Beispiel so aussehen, dass die Polynomfunktion da sehr stark durch diese Punkte hindurch schwingt. Stattdessen könnte man sich fragen, zweitens, und das ist der Ansatz der Ausgleichsrechnung, auch Regression genannt, suche in einer vorgegebenen Menge an Funktionen diejenige Funktion f, die die Messwerte möglichst gut annähert. Hier in dieser Skizze würden wir uns vielleicht auch quadratische Funktionen, also Parabeln, beschränken und diejenige Parabel suchen, die zwar nicht genau durch die Punkte hindurch geht, das wird mit Parabeln mit quadratischen Funktionen nicht möglich sein, wenn ich so viele Messwerte habe, aber eben möglichst gut durch die Punkte hindurch geht. Und bei der Methode der kleinsten Quadrate macht man hierzu den Ansatz, dass die Summe über alle Fehlerquadrate minimal werden soll. Wir summieren also über alle Funktionswerte f von ti, das wäre zum Beispiel hier, wenn das hier meine Funktion f ist, und dann nehmen wir da immer den Abstand zum Messwert, zum Quadrat und summieren die alle auf. Da wir ja wissen, es gibt Interpolationsfunktionen, welche die da genau durchgehen, macht dieser Ansatz von der Ausgleichsrechnung natürlich nur Sinn, wenn wir uns wirklich an eine vorgegebene Menge an Funktionen halten. Also wenn wir nur jetzt bei diesem Bild zum Beispiel innerhalb der Welt der Parabeln diejenige Funktion suchen, die da möglichst gut durchgeht. Und bei der linearen Ausgleichsrechnung werden wir diese Menge an Funktionen als alle möglichen Linearkombinationen von vorgegebenen Basisfunktionen suchen. Also wir könnten jetzt hier, um bei diesem Bild zum Beispiel zu bleiben, zum Beispiel die Basisfunktion f von t gleich 1 konstant, f von t, f2 von t gleich t, f3 von t gleich t² nehmen. Und dann suchen wir durch Linearkombinationen, durch Linearkombinationen suchen wir dann unsere Funktion f als diejenige Funktion f, sodass innerhalb dieser Linearkombination dann das hier möglichst klein wird, minimiert wird. So und unsere Aufgabe ist nun, das in ein lineares Gleichungssystem zunächst mal zu übersetzen. Das heißt, wir suchen ja gerade diese Koeffizienten Lambda i, also gesucht ist, ich nenne das als Vektor x, der Vektor x1 bis x Lambda 1 bis Lambda n aus r hoch n, sodass da oben schon diese Summe über die Quadrate minimal werden soll, aber jetzt ersetzen wir da oben das f noch durch unsere Linearkombinationen von vorgegebenen Basisfunktionen. Also gesucht ist dieser Vektor x mit den Einträgen Lambda 1 bis Lambda n, sodass die Summe über alle i gleich 1 bis m und jetzt das f ersetzt durch Summe über diese Lambda j mal vorgegebene Basisfunktionen, ausgewertet hier oben ja an der Stelle ti, ausgewertet an der Stelle ti, das ist jetzt also hier f von ti, Abstand zum Messwert bi im Quadrat, sodass dieser gesamte Ausdruck minimal wird, minimal wird, sodass das hier minimal wird. Ja, und wie gesagt, wir hätten das jetzt gerne, das ist unsere Aufgabe a jetzt hier eigentlich, dass gerne da ein lineares Gleichungssystem drin wiedererkannt, sodass wir dann wissen, es sind also bestmögliche Näherungslösungen von einem linearen Gleichungssystem gesucht. Und das machen wir so, das hier, was von j und i abhängt, das werden die Koeffizienten einer Matrix werden. Also wir setzen, um da jetzt das lineare Gleichungssystem drin wieder zu finden, setze Groß A als Matrix mit den Einträgen Basisfunktion ausgewertet an den Stellen ti, i die Messwerte von 1 bis m, j die Basisfunktion, das sind typischerweise viel weniger als die Messwerte von 1 bis n. Und dann setzen wir, das ist also jetzt eine m kreuz n Matrix mit vielen Zeilen und dann setzen wir noch die Messwerte alle zusammen in einen Vektor b, b1 bis bm aus r hoch m. Und wenn wir uns dann das da oben nochmal anschauen, dann haben wir hier die Einträge aus der Matrix genommen und jetzt durchläuft hier j von 1 bis n, das heißt eine feste Zeile i dieser Matrix wird durchlaufen, eine feste Zeile i dieser Matrix A wird durchlaufen und es werden die Einträge vom Vektor x da heran multipliziert. Also da steht schon sowas wie ax, A mal x. Setze das hier, dann lautet die i-te Zeile, festes i jetzt erstmal, die i-te Zeile von dem Produkt A mal x und machen wir vielleicht auch gleich minus b, minus dem Vektor b. Also das passt alles von den Größen, A ist eine m kreuz n Matrix, da wird ein Vektor aus dem r hoch n heran multipliziert und da könnte ich dann, lande ich im r hoch m, also kann ich das b abziehen. Und wenn wir das jetzt mal durchdenken, i-te Zeile von ax minus b, das ist also, da durchlaufe ich die i-te Zeile mit j gleich 1 bis n, a i j mal Eintrag vom Vektor x und der hat die Koeffizienten Lambda in seinen Einträgen, also mal Lambda j, das ist die i-te Zeile von A mal x und jetzt ziehen wir die i-te Zeile einfach vom Vektor b ab, also minus b, i. Und wenn wir die a's da ersetzen durch das, was wirklich drin steht und vielleicht hier noch die Reihenfolge tauschen, Lambda j und das a, i, j ist ja f, j von t, i. Das hier also diese Summe minus b, i, vielleicht mache ich hier auch zur Verdeutlichung noch eine Klammer drum. Also sind wir tatsächlich genau bei dem hier oben gelandet, was hier innerhalb dieser Summe steht. Das ist die i-te Zeile, nehmen wir mal hier noch eine zweite Farbe, die auch stehen bleiben darf. Das hier ist also die i-te Zeile von ax minus b und wir haben ja noch die Bedingung oder es passiert noch mehr. Das wird nun aufsummiert für i gleich 1 bis m, diese Einträge von diesem Vektor ax minus b und die Einträge werden im Quadrat aufsummiert. Ja, das ist ja einfach die euklidische Norm, die Standardnorm im r hoch m, dass alle Einträge von diesem Vektor im Quadrat genommen aufsummiert werden. Dann lautet das also die i-te Zeile von ax minus b und es ist die Norm von ax minus b, die Norm von diesem Vektor aus dem r hoch m, machen wir Norm im Quadrat, dann muss ich die Wurzel hier nicht da hinschreiben, genau, die Summe i gleich 1 bis m über, naja, schreiben wir das vielleicht mal so auf, den i-ten Eintrag von diesem Vektor im Quadrat genommen, i-ten Eintrag von diesem Vektor im Quadrat genommen, aber da landen wir jetzt wieder genau bei dieser Doppelsumme von oben, Summe i gleich 1 bis m, j gleich 1 bis n, Lambda j, fj von ti minus bi zum Quadrat. Also, Fazit bei diesem Ansatz, den wir hier gemacht haben, dass wir eine Linearkombination der Basisfunktion suchen, sodass die Summe der Fehlerquadrate minimal wird, landen wir genau bei dieser Bedingung. Gesucht ist ein Vektor x mit diesen Einträgen Lambdas, sodass diese Norm hier minimal wird, also vom Gleichungssystem ax gleich b ist eine bestmögliche Näherungslösung gesucht. Also ist eine bestmögliche Näherungslösung, ist eine bestmögliche Näherungslösung, dieses Gleichungssystem wird eben typischerweise nicht genau lösbar sein, denn das würde ja wieder bedeuten, wir finden eine Funktion, die da genau durchgeht, aber das wird innerhalb unserer vorgegebenen Menge an Funktionen eben nicht möglich sein, zu interpolieren. Also deswegen ist dieses Gleichungssystem dann typischerweise nicht genau lösbar, aber wir suchen eine bestmögliche Näherungslösung. Also ist eine bestmögliche Näherungslösung für das LGS ax gleich b gesucht. Gut, auf dieses Problem haben wir diesen Ansatz der linearen Ausgleichsrechnung jetzt also zurückgeführt. Bevor wir dann gleich bei Teil B ein konkretes Beispiel rechnen, ein paar Kommentare, wie könnten wir jetzt diese bestmögliche Näherungslösung finden, gibt es verschiedene Ansätze. Einen, den wir in unserem Buch hatten, war die Mur-Penros-Inverse a plus von a. Die liefert uns eine bestmögliche Näherungslösung für das LGS ax gleich b, also einen Punkt x, sodass diese Norm minimal wird unter allen möglichen x. Das war bei uns der Satz 837, in dem die Eigenschaften der Mur-Penros-Inversen drin standen, eben auch diese Eigenschaft, dass wir genau bestmögliche Näherungslösung kriegen. Wir werden gleich einen anderen Weg benutzen für das konkrete Beispiel bei b, nämlich einen, der sich aus der Aufgabe 834 ergibt. Also hier ist es im Komplexen formuliert, aber das macht ja keinen Unterschied. Ansonsten ist es die Situation wie oben. Wir suchen für ein LGS ax gleich b eine bestmögliche Näherungslösung, also ein x0, sodass diese Differenz der Norm, sie wird vielleicht nicht 0, weil es nicht lösbar ist, aber sie ist zumindest kleinstmöglich, kleiner gleich als ax minus b für alle anderen x. Und da haben wir uns in dieser Aufgabe überlegt, dass wir das auf ein anderes LGS zurückführen können, nämlich ein solches x0 finden wir genau als Lösung von diesem LGS. Das Komplex konjugieren können wir gleich weglassen, weil wir hier im Reellen sind. Hier war es im Komplexen formuliert bei dieser Aufgabe. Aber wir finden das x0 genau als Lösung von diesem LGS, a transponiert ax gleich a transponiert b. Das war eine andere Aufgabe in unserem Buch und die werden wir gleich benutzen. Nur kurz zur Erklärung. Bewiesen, ähnlich wie bei der Murpenrobsinversen, haben wir das dann bewiesen hier mit Hilfe der orthogonalen Projektion auf den Raum Bild von a oder Bild von phi a, das heißt auf den Raum bestehend aus all diesen. Denn es ist ja letztlich hier wieder gesucht, wie es die orthogonale Projektion liefert, wollte ich sagen. Es ist ja gesucht im Raum aller Vektoren dieser Form, dass derjenige, der zu dem b den minimalen Abstand hat, und da landet man dann eben bei orthogonaler Projektion. Das können wir also gleich benutzen. Bestmögliche Näherungslösung für das LGS a x gleich b finden wir, indem wir das LGS a transponiert ax gleich a transponiert b lösen. Dieses hier, kann man sich überlegen, ist dann nämlich immer lösbar. Okay, und jetzt kommen wir zu unseren konkreten Werten da aus der zweiten Aufgabe. Hier stehen sie, also aus der Teilaufgabe b. Jetzt wollen wir das einfach mal durchführen, diese Methode der kleinsten Quadrate. Und ähnlich wie in meinem Bild vorher ist hier eine Ausgleichsparabel gesucht. Also die Basisfunktionen sind t hoch 0, t hoch 1 und t Quadrat. Und wenn wir dann mit Linearkombinationen ansetzen, suchen wir also die bestmögliche Parabel zu irgendwelchen vorgegebenen Messwerten. Die genauen Zahlen spielen ja keine Rolle. Wir wollen nur sehen, dass wir das auch wirklich so durchführen können, wie wir es uns gerade überlegt haben. Nämlich, wir setzen an mit den gleichen Bezeichnungen wie in der Allgemeinsituation bei A. Wir nehmen die Matrix A, die hat die Werte Basisfunktionen ausgewertet an den Messwerten ti. Ja, i gleich 1 bis 5, j gleich 1 bis 3, das ist klar. Also die können wir uns schon mal hier hinschreiben, fj an den Werten ti. Die wird also jetzt fünf Zeilen haben. Die erste Basisfunktion ist konstant, gleich 1. Also die erste Spalte ist einfach nur 5 mal die 1. Zweite Basisfunktion ist auch einfach f von t gleich t. Das sind also unsere Messwerte t einfach als zweite Spalte. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dritte Basisfunktion f von t gleich t². Dann nehme ich also diese Messpunkte zum Quadrat. 4, 1, 0, 1, 4. Dann haben wir noch gehabt den Vektor b, der einfach die Messwerte in einem Vektor zusammenfasst. Also jetzt hier b1 bis b5 ist es der Vektor 1, 2, 2, 4, 6. So, und in Teilaufgabe a haben wir uns überlegt, wir brauchen jetzt, gesucht, ist der Vektor x mit drei Einträgen, weil ich ja hier drei Basisfunktionen habe, aus r hoch 3, so dass ax minus b in der Norm, der Standardnorm, minimal wird. Und jetzt hatte ich vorher wiederholt, nach Aufgabe 8, 3, 4 können wir das umwandeln oder können wir dieses x finden als Lösung von diesem LGS. Daraus folgt, also das hier, genau, das hier war siehe a und jetzt eben nach Aufgabe 8, 3, 4 aus unserem Buch. Also ist x a transponiert a, x gleich a transponiert b zu lösen. Doppelpunkt. Gut, und jetzt ist es nur noch ein lineares Gleichungssystem, wobei wir a transponiert a natürlich noch ausrechnen müssen. Das wird eine 3x3-Matrix werden. a transponiert mal a heißt ja, ich nehme Spalten von a mal Spalten von a. Also diese Spalte mal sich selbst ergibt den ersten Eintrag hier oben, die 5. Dann diese Spalte mal diese Spalte ist minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ist 0. Ergibt diesen Eintrag hier und gleichzeitig auch diesen hier. Diese Spalte mal sich selbst, 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4 ergibt 10, diesen Eintrag. Diese Spalte mal sich selbst, 4 Quadrat plus 1 Quadrat plus 0 Quadrat und so weiter ergibt 34, und zwar diesen Eintrag hier unten. Dann haben wir noch diese Spalte mal diese Spalte ist 10, ist dieser Wert hier oben. Erste mal dritte und auch eben dritte mal erste Spalte. Und dann brauche ich noch ein Ergebnis, diese Spalte mal diese Spalte. Aber die stehen auch senkrecht aufeinander, also da kommt hier auch 0 heraus. Das ist hier also berechnet die Matrix a transponiert mal a. Dann lösen wir ja das lineare Gleichungssystem, wo auf der rechten Seite der Vektor a transponiert mal b steht. Den muss ich natürlich auch noch berechnen. a transponiert mal b. Da nehme ich also die Spalten von a heranmultipliziert als Skalarprodukt an den Vektor b. Das ergibt die folgenden Werte. Hier als erstes 15, als zweites diese Spalte mal diese Spalte 12 und als drittes, dritte Spalte mal b ergibt 34. So, das ist jetzt ein LGS, was lösbar ist. Da können wir noch ein bisschen umformen, damit das leichter zu lösen ist. Hier vielleicht die erste Zeile durch 5 teilen. Und ja, ganz werden wir die Brüche hier nicht wegkriegen, aber wir können hier zum Beispiel auch durch 2 teilen 0, 5, 0, 6. Und hier unten könnten wir auch durch 2 teilen 5, 0, 17, 17. Und dann müssen wir noch eine Umformung machen. Von der unteren Zeile 5 mal die erste Zeile abziehen. Und danach ist es schon die Zeilenstufenform, an der wir die Lösung ablesen können. Also 1, 0, 2, 3 ist unsere erste Zeile. 0, 5, 0, 6 ist die zweite. Und dann haben wir hier noch was gerechnet. 0, 0, minus 10 ist 7. Und 17, minus 15 ist 2. So, und jetzt können wir von unten nach oben, wie wir es gewohnt sind, unsere Lösung ablesen. Lambda 3 ist ja der, der sozusagen hier vor den dritten Spalten immer steht. Also Lambda 3 lese ich hier ab als 2 Siebtel. 2 durch 7. Lambda 2 lese ich aus der Zeile drüber ab als 6 Fünftel. Und Lambda 1 können wir dann noch aus der ersten Zeile ausrechnen als 3 minus 2 mal Lambda 3. 3 minus 4 Siebtel. Und da landen wir hier bei 17 Siebtel. Also die genauen Werte sind jetzt hier gar nicht so interessant für uns. Wir haben nur rausgefunden, F definiert, das war ja die Linearkombination. F, Abbildung von R nach R. F von T ist gleich, ja, Lambda 1 war der Vorfaktor vor der Funktion F1 von T gleich 1. Also bauen wir es doch andersrum auf. 2 Siebtel T hoch T Quadrat plus 6 Fünftel T plus 17 Siebtel ist also bei diesen vorgegebenen Messwerten, die hier oben standen, die bestmögliche Parabel im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate. Also die Parabel, die da so an den Messwerten dran ist, dass die Abstände der Fehlerquadrate unter allen möglichen Parabeln, die ich anschauen könnte, minimal wird. 11 Siebtel. 11 Siebtel.